hallo hallöchen wir gehen jetzt in rank roles all big in west europe mal gucken ich hoffe doch mal dass wir jetzt ein paar schöne teams bekommen war gut match ups ja mal gucken was so geht die ist halt stimmt glaube ich nicht müsste eigentlich mehr sein hmm 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 Tja, einige behaupten, als Support wird man schneller drankommen. Aber, das scheint definitiv nicht der Fall zu sein. So, Matchmaking-Update. Das ist auf jeden Fall interessant. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Und meine ersten Freunde haben sich auch schon wieder eingerankt und sind da gefallen. Von Crusader 3 auf Herold 7. So Kleinigkeiten. Oder was? Ja gut, der ist von Divine auf Engine gefallen. Also, ich würde mal behaupten, ach der ist sogar noch aufgestiegen, in der Zwischenzeit. Ja, okay. Hm. Ist eigentlich mal straight up. Geh wird, hm? Ja. Ranked Turbo. Ist eigentlich mit dem, hat der schon mal? Hm. Whatever. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf... Krass, du kannst dich jetzt instans reporten? Nein! Ich bin nochmal in Wokal. Lass mal einen Doktor in Ruhe, ihr Arschgeigen. Okay. Okay, your pick now. You know what... So. Armfall pick. Uga Hard Support. Okay. 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 Iuиком. Okay. Okay. Ihr Pid jetzt? Meepo! Was? Huh? Gott, oh Gott! 10 Sekunden! Hm. Wollte in der Krone abfacken. Warum nicht? Ich hätte es noch weiter sagen müssen und dann mit Level 19 Warlock reingehen. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn machen? Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? So, dran denken Warlock brauche ich Sol Ring. Nicht zwingend, aber ich... Ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was soll ich das machen? ja ich bin tatsächlich bei 2900 apps games das ist interessant das ist echt interessant man könnte obwohl ich könnte auch ganz einfach ich bin das einzige was mich jetzt ein bisschen stört ist wir haben hier noch 20 grad drin ist eigentlich ganz schick aber mir ist man auch haben wir eine chance hat worden wird ein richtiger arsch werden ansonsten ansonsten sollte das eigentlich nein was zur hölle bin ich denn jetzt ich wollte immer einen älteren fall sehen ja doch doch Schmerz, Starks. Oh, das ist Moid und Quap Ja gut, die kriegt ihr Harassment ganz gut raus Und die kriegt Ob die mehr rausbekommt als ich Ich glaube fast nicht Ne, mein Damage ist höher Kommt häufiger Eine höhere Zickrate Ja, der Er wird definitiv geheilt So, jetzt muss ich nur Quap finden Stack reicht das nicht Ach, dang it Ich will noch ne Clarity Dang it Ich will die Clarity killen Oh, sie rennt so weit weg Echt jetzt Dumme Bitch Komm her Ah, Q Verzieh dich War wahrscheinlich eh gegen Ende Der Clarity Also Also Okay Was nicht mit Es war nicht mit Oh, du bist doch auch so ein Lappen. Versuch, Damage zu dodgen. Lass mich durch. Mein Gott. Danke. Nicht so dramatisch. Dang. Das wäre meine Chance gewesen. Ich hätte es mal einen Denai bekommen. Damn. Schade. Ich dachte, ich würde da noch ein bisschen was mitbekommen, aber... Oh, ja, hm. Ich glaube, ich habe es verschissen. Warte, die hatte eine Cane. Nicht gut. Auch immer, die lang ist. Komisch. Ah, TP wahrscheinlich. Ja, Warlock First Blood, mal wieder. Könnte man gerade mal checken, ob das dann wirklich akkurat ist, was die dann... Haben schon, ich halte dich noch zusätzlich... Äh, doppelt hier. Genau, Wold. Versuch, dich gleich mal da rauszujumpen. Bringt ja auch so viel. Das war eine Healing-Salve. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich erst mal keinen... Bis dahin sollte ich meinen Heal wieder haben. Aber... Wo will der denn hin? Oh, der checkt die Rune? Was? Oh, Heal. Hm. Bist du wirklich da hingehen? Deinen eigenen... Verletzen. Ich kümmere mich dann mal um die... Denais. Eins, zwei Last Hits. Tot z Mama. Fertig. So. Steaf. Tief. Dief. Okay. Okay. Hm. Mit Argon. Und ein Safelame. Nix. Hm. Ach so, ja. Hm. Shit! Wirklich? Dang it! Mein Mann hat nach hier! Unglücklich! Du hörst kein Gott! Dang! Immer noch... Immer noch Mana, Junge! Oh! Ho, ho! Ups! Oh, jetzt wird er gehealt und... ja... Ja, mein Freund... Wo ist er hin? Da hin! Oh, jetzt haben wir natürlich voll lauter... Oh! Und die auch! Ah! Okay... Hm... Ich könnte mal gehen und sagen... Holen wir uns noch einmal... Oh! Shit! Warum? Hm... So... Ich hätt gern beide drin... Nein! Nicht verarschen... Wo ist er wohl? Wo ist er wohl? Keine Ahnung, was er soll... Wohin die sind... Hm... Quap ist da! Ja... Aber... Wo ist fehlt? Arg worden ist mit... Sees ist denn... Da... Oh Leute... pessoas... kein Birthday... Wenn Sie Hunger... Das jetzt nur etwas g Locked scheduling... Oh, jetzt hat er natürlich. Ah, Shaker ist schon... Shaker ist schon Level 8, das ist nicht gut. Noh. Noh. Ich glaube ich muss Fenster zu haben, das ist einfach so geil mit meinen Händen. So, dann lass mich. Ich kann noch nicht mal die Tipee starten. Da sind die schon wieder am Pausieren. Leck mich. Puh. Wie kann man... Boah ey, ich kann... Ich kann... Klar. He will be back. Ah, leck mich doch jetzt. Juckt's nicht mehr, jetzt tut's weh. Was ist das denn für ein komisches Gerät? Kann ich ja in der Zwischenzeit mal... Ah. Okay. So. Der ist Level 7, der sollte allein klarkommen. Der hat... Borrowtime... Der braucht noch so viel für den Rollo. Ich bin all für ein bisschen Wunderschön. Ich fühle mich frisch? Du hast so viel zu krass. Mhm. Stun mich. Hm. Gut, ich... Geh jetzt mal nicht hin und... äh... Stun den... Der wird einiges abholen. Ja, Lecker und Gott. Sie, gehen! Oh, okay! Wo, wo! Ja, Herr! Ja! Kaos, nein! Chaos Minion Vibrations Vibrations Death from a barrel Oh Nice Punch Shaker ist da Oh, nix Shit, 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 shit Uh, hmm Ah Oh, wirklich? Die ist auch hier? Hm. Nichts sollte sterben. Ein Viper scheint tatsächlich rauskommen zu können. Ich glaube, das Zeckler ist echt noch mehr wert als... Nein! Sofisch. Oh no. Das ist ja ein Refresher. Du hast zwei, die auf die einen kloppen. Ähm. Ähm. Oh shit. Ich hasse es, Mann. Das war mein Fehler. Definitiv mein Fehler. Ich muss wirklich zwingend meine Taste ändern, auch wenn es nicht... Dass ich da keinen Fehler mache. Ja. Oh, das hier... Oh, das hat nochmal das... Oh, Mann. Geh. Oh, das hat einen Knopf. Oh, Mann. Oh, das ist ein Knopf. Oh, Mann! wild guess sind davon dass er mich killen könnte auf die falsche seite davon geschehen worden ist hier dass wir das nicht gesehen hätten Fuck Okay Und der Multismart ist natürlich auch Oh Darkness Your bottom tower is under attack Wieso ist der denn so langsam? Der ist doch normal schneller. Die haben hier Wischen und die haben da Wischen, nur mal nebenbei. Hm. Hm. Gut. Die Shaker fokust mich. Komm schon, könnt ihr immer hauen. So ein bisschen. Du hast keine Damage Items, du hast ein Tome of Knowledge. Oh. Oh. Oh, ja. Hm. Hm. Die hängen immer noch da rum. Hm. Oh. 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 Hm. Hm. Oh, da ist ein Nix. Der seinen Überraschungsangriff jetzt gerade mal sonst wo entstecken kann. Das ging schnell. Jetzt muss ich noch mal ein paar holen. WTF? Oh, das ist ja mal eine echt asoziale Nummer. Wobei ich nicht weiß, wofür der die Blasen auf mich angewendet hat. Die spielt echt Support. Hm. Your middle tower is under attack. Hm. You've got one less middle tower now, by the way. Top tower wahrscheinlich auch gleich. Your top tower needs some help? Dyer's structures are fortified. Hm, hier mal. Oh. Ah, das hat nicht geklappt. Blink und Zepter. Ich muss mich jetzt verarschen. Die Strecke sind unter Druck. Oh, die Bremsebüste ist unter Druck. Die Strecke sind unter Druck. Die Bremsebüste ist unter Druck. Die Bremsebüste ist unter Druck. Nein, ich darf nicht hier hin. Fuck me. Oh, fuck me. Oder ich nehme sie mir, ist auch wurscht. Oh, nochmal den... meinen Golem antreten. Ich habe auch nicht geglaubt. Tempelst doppelt, okay. Nein. Hamda. Oh Gott. Nix geht rein. Oh. Ah, shit. Puh, dang it. Hätte ich den früher heilen können, wäre er da vielleicht rausgekommen, aber... Okay. Okay. What the hell? Hmm. Hmm. Classic. The top tower needs some help. What do you mean? Your bottom tower is gone. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top tower has fallen. Your top tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. A Corp spielt tatsächlich Support. Ich glaub's nicht. ... ... Hm. 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 Ich glaub's einfach nicht, Mann. Ah, ist das Zoo daneben. Ah, das ist doch so lächerlich. Was wollt ihr da unten? Oh Mann, ihr seid doch echt nicht mehr zu retten. Ich brauch Level 20, um effektiv gegenpushen zu können. Was macht Viper da? Oh ja. Ähm. Äh. Man wusste, der Kurier kam daher. Smartass. Warum? Ähm. Ah, manchmal. The top shrine has fallen. Ah, this is why we can't have nice things. Wieso? Oh. Oh, hier ist der doof. Hey, welcome back. Ah. Warum? Wo geht der da hin? Oh, da sind drei. Okay. Das hat geholfen. Ansonsten wäre jemand ziemlich tot gewesen. Dann. Immer noch ein Tempest Double. Hätte ich das nicht geschickt da hinstellen können? So ungefähr hier hin, wenn wir eh auf die Lane was brauchen. Hm. Weiß ja nicht. Aber irgendwie. Lass mich mal gucken, ob ich... Nope. Nope. Leider kein Glück. Das geschafft, Abaddon. Da. Da. Hm. Ich hab aber keine Sentries. also doch da nix war hier ich muss immer zurückbleiben dass ich nicht in der Krono gefangen werde das sollte mir nicht zu nahe kommen und ich steh mittendrin und ich steh mittendrin so viel dazu so oh Gott die sind tatsächlich haben sie es geschafft und Shaker macht es jetzt fertig ich nehme das als Tribute ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme Ist mein Micro besser als Sainz? Ich stehe zu weit vorne? Wahrscheinlich. Hätte ich deswegen angegriffen. Ah. Ah. Sainz ist ja nicht. Mhm. Kegs. Ich hab tatsächlich so viel Stärke. Gibt das überhaupt Sinn? Drei, eins. Drei, eins. Drei, eins. Und... Oh Gott. Ist die Erfahrung wichtiger als ein ganz andere Kram. Hm. Hm. Oh. Ach du Schande, ey. Hauen die denn hier rein? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab jetzt nicht mehr. Ich hab dich aus. Oh Gott. Ich hab dich aus. Oh Gott. 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 ... ... ... ... Dang it! ... ... ... Oh, ich lebe mal. Hmmmm... We should have won, huh? . . . . . . . Okay. Okay, okay, okay. Hmm. Noch eine Krono. Lass mich irgendwen erwischen. Fuck me. Oh, no! 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 Hmm. Wunderbar, kann ich kotzen. Hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Das ist unglaublich.